guten morgen mittag abend oder was auch immer herzlich willkommen zu einem neuen video auf dem kanal mechatronics wir sind wieder beim testo unterwegs über drift united beim driften in bautzen auf irgendein vw treffen kann es euch nicht mal genau sagen und ja wir schmeißen jetzt die ersten räder drauf haben gestern schon eine runde probiert mal auf der strecke und ja jetzt wünsche ich immer ganz viel spaß beim zuschauen jetzt geht's los wie findest du es bis jetzt scheiße heiß aber das driften gut anstrengend weil es scheiße heiß ist bist du schwundest immer ja 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 Stell dich mal rein, ich bin auf. Ja, wenn hier die Reifenfetzen rumfliegen, ihr kennt das ganze ja schon, dann schaut das ganze aus und hier der Reifen ist auch komplett fertig, der ist glaube ich noch gar nicht geplatzt, sondern nur die äußerste Schicht ab. Ich montiere jetzt die Reifen um und dann geht's weiter. Die Reifen ist gar nicht genau. Die Reifen ist gar nicht genau. Die Reifen ist gar nicht genau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017